Bei diesem Bild habe ich diese Hälfte gemalt und Chiara diese Hälfte. Und Chiaras Hälfte ist jetzt nicht so schön geworden. Sie hat sogar gesagt, dass sie sich extra nicht viel Mühe gegeben hat. Und ich tue jetzt ihre Seite verbessern. Ich hoffe, Chiara will mich nicht deswegen schlagen. Zuerst müssen wir mal die ganzen schwarzen Stellen nachfahren. Jetzt nehme ich mein helles Lila und mache die Beine ein bisschen heller wie hier, weil es sieht besser aus. Ich nehme doch lieber weiß, weil halt die unteren Schichten schon so stark sind, dass ich nicht mehr so viel verenden kann. Es geht mir auch ein bisschen dunkler. Hier würde ich nochmal alles richtig stark nachfahren, weil das so viele weiße Punkte sind. Da ist sie manchmal ein bisschen pinker, weil ich habe da kein Blau benutzt. Wieso auch immer sie da Blau benutzt? Keine Ahnung. Karen, erklär uns das. Den Bau versuche ich ein bisschen meinen anzugleichen. Hier hat sie wieder komplett viel Blau benutzt, wie so auch immer. Hier oben versuche ich jetzt nochmal diese weißen Stellen wegzumachen. Und Karen, falls das siehst, kannst du auch gerne meine Seite vom Farbplex ändern. Falls ich morgen nicht mehr lebe, dann wisst ihr wieso. Das ist jetzt das fertige Ergebnis. Ich hoffe, ich habe es nicht verkrackt. Und ja, es ist nichts Persönliches, Karen. Du schimmelst.